Wir sind auf dem richtigen Weg. Neurot ist im Bereich Hörgeräteakustik Marktführer in Österreich. Seit mehr als 100 Jahren steht für unser Unternehmen das Erhalten und Verbessern des Hörens im Mittelpunkt. Dank der professionellen Arbeit jedes und jeder Einzelnen von uns können wir mit Garantie die Lebensqualität all unserer Kunden verbessern. Neurot ist mit seinem Versorgungsnetz international vertreten. Hier am Firmensitz im Schwarzautal in der Steiermark laufen alle Fäden zusammen. Denn für reibungslose Abläufe ist es vor allem notwendig, dass die eine Hand immer weiß, was die andere Hand gerade macht. So befinden sich hier das größte Akustiklabor in Europa, die stets topmoderne Werkstatt und unsere zukunftsweisende Logistikabteilung. Damit treffen Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb auf höchstem Niveau zusammen. Immer stärker widmet sich Neurot der Prävention von Hörschäden und entwickelte ein breites Programm an Gehörschutzprodukten. Für die Gehörschutzherstellung werden aus dem Abdruck des Kundenohres im Gipsraum die Rohlinge mittels einer Gussform angefertigt. Im Anschluss wird dieser Rohling vulkanisiert. Mit feinstem Werkzeug wird jeder Gehörschutz einzeln und von Hand nach bearbeitet. Professionalität begleitet uns dabei von Anfang bis zum Ende jeder Tätigkeit. Ob Gehörschutz oder Hörgeräte, jedes Neurot-Produkt ist ein für den Träger ganz persönlich ausgewähltes, individuell abgestimmtes und sondergefertigtes Hilfsmittel. Nachdem in der Endkontrolle die Neurot-Qualität sichergestellt wird, landet der Gehörschutz gut verpackt bei der Auslieferung. Unsere Hörgeräte haben Neurot zum größten Hörgeräteakustiker in Österreich gemacht. Dank perfekt eingespielter Arbeitsschritte stellen wir jeden Tag individuell angepasste Topgeräte her. Hier im Labor beginnt die Produktion. Der Ohrabdruck des Kunden wird von einem Laser abgetastet und exakt vermessen. Der so erzeugte virtuelle Abdruck des Ohres wird von unseren Kollegen per Computer entweder zu hinter dem Ohr oder im Ohr-Otoplastiken weiterverarbeitet. Da jede Im-Ohr-Hörgeräteschale anders ist, wird hier genau festgestellt, wie und an welcher Stelle die feine Elektronik eingepasst werden kann. Dann werden die digitalen Daten weitergeleitet, damit dank modernster Verfahren die passgenaue Hörgeräteschale angefertigt werden kann. Der spezielle flüssige Kunststoff im 3D-Printer verhärtet bei Kontakt mit einem Laser. Die Ohrtoplastik wird so Schicht für Schicht geformt. Langjährige und erfahrene Mitarbeiter erledigen im Anschluss in dem modernisierten und zukunftsweisenden Labor den Feinschliff, um den Tragekomfort zu gewährleisten. Auch hier gilt, nur Spitzenqualität verlässt die Produktion, denn sie bildet für Neurot einen essentiellen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Und dafür braucht es das Wissen und die Erfahrung von uns Mitarbeitern. So wie das menschliche Ohr sind auch unsere Hörgeräte Hochleistungs- und Präzisionsinstrumente. Die einzelnen Bestandteile sind so klein, dass nur unter dem Mikroskop gearbeitet werden kann. In penibler Feinarbeit werden hier Mikrofon, Verstärker und Lautsprecher eingesetzt. Eine Herausforderung für die Feinmechaniker. Dank dieser händischen Präzisionsarbeit kann jedes Hörgerät, das die Neurot-Produktion verlässt, ganz persönlich für den Kunden hergestellt werden. Um die einwandfreie Funktionalität jedes Hörgerätes zu garantieren, wird im Anschluss mittels einer Messbox die technische Funktionskontrolle durchgeführt. Hier erfolgt zugleich die Endkontrolle. Dabei werden noch einmal alle Qualitätskriterien herangezogen. Ein unverzichtbarer Schritt, denn kein Hörgerät gleicht dem anderen. Abschließend werden alle Hörgeräte mit den zugehörigen Messprotokollen verpackt und für die Auslieferung vorbereitet. Qualität auf ganzer Linie. Neurot-Produkte sind zuverlässig und hochpräzise, aber nicht unverwüstlich. Unsere Hörgeräte werden stark beansprucht und bedürfen regelmäßiger Wartung. In unserer Werkstatt werden Services und Reparaturen durchgeführt. Nach der Auftragsprüfung erfolgt jede Reparatur bei den Technikern direkt von Hand. So wird dafür gesorgt, dass jedes Gerät genau das professionelle Service und die Reparatur bekommt, die es benötigt. Natürlich erfolgt auch hier eine umfassende Endkontrolle, bevor es weiter zur Auslieferung geht. Schnell, effizient, verlässlich. Mit dem notwendigen und gewünschten Zubehör aus unserem neu adaptierten und erweiterten Hauptlager versehen, werden in unserem eigenen Logistikzentrum alle Neurot-Produkte kommissioniert und versandfertig gemacht. Danach werden sie zuverlässig und pünktlich den jeweiligen Fachinstituten zugestellt. So erhält jeder Kunde rechtzeitig und einwandfrei sein individuelles Neurot-Produkt. Wir waren die Ersten, die in Österreich Fernsehwerbung für Hörgeräte machten, die am österreichischen Markt digitale Hörgeräte einführten. Wir haben das größte Akustiklabor in Europa und verfügen über ein eigenes Ausbildungszentrum. Wir bieten ein flächendeckendes Versorgungsnetz mit derzeit 110 Fachinstituten in Österreich, außerdem weitere 70 Hörcenter in der Schweiz, in Liechtenstein, Slowenien und Kroatien. Wir sind insgesamt 680 Mitarbeiter, davon etwa 170 am Hauptsitz in der Steiermark. Und weil wir bei Neurot nicht nebeneinander, sondern miteinander arbeiten, ist jeder Mitarbeiter die rechte Hand des anderen. Und genau darum beginnt bei uns die verlässliche Neurot-Qualität. Denn wir Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt es, Teil von Neurot zu sein. Das heißt es, auf dem richtigen Weg zu sein. Neurot. Besser hören, besser leben.